Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen richtig krassen XP Glitch, den ihr alle nachmachen könnt. Also zuerst geht ihr einmal hier bei Modus ändern in den Code und drückt diesen Code ein. Und zwar 573148771626. Dann drückt ihr einmal bestätigen. So. Und dann kommt diese Map hier. Ihr drückt einmal spielen. Und ganz wichtig, ihr müsst es auch privat machen. Wenn ihr öffentlich macht, dann funktioniert das Ganze nicht. Also auf jeden Fall privat machen und einmal rein joinen. Also Leute, ihr seht, ihr spawnt hier. Am besten wir nehmen direkt ein Grappler. Ich muss kurz gucken, wo ein Grappler ist. So, dann kann ich auch. Kann ich euch. Hier, direkt hier neben der Pump, also hinter der Schiff ist ein Grappler, also Greifer. Also, ihr geht hier, springt einmal runter, mit dem Grappler zieht sich hoch und dann baut ganz schnell. Ihr baut hier ein Treppler hoch, dann hier ein Boden. Hier ist ein Spy und dann hier Heiden Room. Geht einmal rein. Und dann spawnt ihr hier. Hier ist dann so eine Frau. Einfach mit ihr sprechen. Und dann bekommt ihr die ersten XP. Ihr seht. Nächster Schritt. Ihr seht, haben wir hier diese Rocket League Logo. Hier mit Rocket League Autos. Ganz geil. So, springt einmal. Dann bauen wir uns hier hoch. Dann hier sollte hier so ein Smiley sein. So, einmal mit dem Sprechen. Und dann bekommt ihr wieder sehr viel XP. Diese blaues Rocket League Zeichen. Und wir gehen mal einfach dorthin. So, bauen uns hier einmal hoch. Und wir gehen mal hier runter. Und dann einfach hier hin. Dann einfach mal gedrückt halten. Und ihr bekommt wieder XP, Leute. Dann gehen wir hier runter. Und gehen zu dieses Logo hier. Also Map. So. Und bauen einfach dahinter. So. So, so. Und wie soll das hier irgendwo sein? Ganz genau hier ist es. Also ihr seht hier dieses. Und guckt dann einfach nach oben. Dann seht ihr hier Secret XP. Dann klickt ihr einfach drauf. Dann bekommen wir wieder. Spiel und immer so weiter, Leute. Und ja, Leute. Das war's. Schon mit den XP geliebt. Und wir haben ein Level. Immer. Und ja, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst es gelockt, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, ich war schon mit dem Video. Und ciao. Und drei bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.